Ok, also ich werde mir das Gesicht mal anschauen, ok, deine Haare sind nicht im Weg, die können auf jeden Fall so bleiben, ok, ich würde sagen, die Haare ein bisschen auf die Seite, ok, so, so drehen. Ok, so, ok, dann werde ich dein Gesicht erst einmal reinigen, ok, ich werde es reinigen und dann werde ich es ein bisschen schicken, ok. Ok, ich werde es reinigen und dann werde ich es ein bisschen mit den Haaren. Losender. Schön das Gesicht sauber machen, da können wir dir wieder ein bisschen reinigen. Ok, ich werde es reinigen und dann werde ich es ein bisschen reinigen. Ok. Schön das Gesicht. Schön das Gesicht. Und die Seite. und an der Seite schon an der Seite an der Seite ein bisschen sorry ok ich muss noch mal ein bisschen nass ein bisschen furcht machen es muss immer schöner sein damit wir die damit das schön über die Haut fährt ok ok gut dann ich beginne erstmal damit dir ein bisschen Puder aufzutragen das heißt ein bisschen von dem Puder qui nicht so wie ich Wir beeilen uns einmal um die Nase herum, die Nase, die Wangen und umsindern und die Stäben ein bisschen unter dem Hals. Dann werde ich dein Gesicht ein bisschen fixieren, damit das aufgetragen wird. Ich mache deine Haare ein bisschen an die Seite. Die Seite, die Haare, damit das neue Haare da hoch. Und die Seite die Haare, so ein bisschen klein. Okay. Ein bisschen sprühen. Ein bisschen sprühen da. Ein bisschen auf die Seite. Okay. Gut. Als nächstes möchte ich dir gerne Wimpern auftragen. Okay. Ich drücke dir einmal die Wimpern auf. Die auch ein bisschen an die Seite. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Platz. Okay. So, okay. So, gut. Dann meine Hände auf die Wimpern. Ich trage auf die Wimpern. Ein bisschen Kleber. Kleber auf. Okay. Etwas kleber. Nicht so viel, nur ein bisschen, damit das gut hält. Okay. Okay. Und dann werde ich es mit den Händen einmal vertragen, die schön an die Seite. Gut. Das ist ein bisschen so. Gut. Das trocknet. Das trocknet gleich. Wenn ich dann das getrocknete ist, dann können wir diese entsprechend dann auch erschwingen. Dann nehmen wir die zweite. Tragen wir die auch ein bisschen mit ein bisschen Kleber. Etwas Kleber aufklagen. Immer nur punktuell. Nicht zu viel. Und dann kommt die zweite. Die zweite. Die zweiten Fempern still. Die kommt gut. Ein bisschen höher. Okay. Schauen wir mal, ob ich vielleicht meine... Ich glaube, ich habe das mit dem Pinsel ein bisschen... Ich denke, so ist es gut. Und man sieht schon, dass es wunderbar trocknen kann. Gut. Wir warten einen Moment. Okay. Wir haben das mit dem Slug mit. Dann tragen wir dir den Eyeliner schon mal auf. Okay. Mit dem Eyeliner ein bisschen... Ich bekomme die Wimpern. Dann bekomme die ein bisschen... Ich bekomme die Wimpern. Dann bekomme die Wimpern. Okay. Okay. Die andere Seite. Tragen wir den Wing zuerst auf. Sehr gut. Okay. Steht dir sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Wir werden die Wimpern ein bisschen curlen. Okay. Die andere Seite. Wir haben ein bisschen mehr Schwung natürlich. Damit die Wimpern noch den ganzen Tag oben bleiben. Okay. Und jetzt ein bisschen von der Wimperntusche auftragen. Die Haare wieder an die Seite. Und dann schütte die Haare an die Seite. Damit an den Haaren keine Mascara kommt. Okay. Wir sind schon ein bisschen... So ein bisschen mehr Farbe. Die stehen dann auch direkt. Die sind viel besser. Und hier mal die andere Seite auch. Beim nächsten Mal können wir deine Wimpern auch gerne färben. Also ich färbe auch Wimpern auch. Wobei in der Mascara ein bisschen mehr Schwärze. Wenn man sie nur färben würde. Okay. Okay. Dann würde ich auf jeden Fall ein bisschen von dem Teacher empfehlen. Ich würde einmal gucken. Ich würde die Haare nochmal kurz nach oben schwingen. Dann würde ich die Haare einmal draus schwingen. Gut. Die andere Seite auch. Sehr gut. Die stehen schon. Sehr gut. Die stehen schon. Okay. Dann nehmen wir ein bisschen von dem Lidschatten. Ich würde empfehlen, dass wir vielleicht ein dunkles... ein blaues nehmen. Okay. Ein schönes blaues. Da muss man ein paar Mal mehr drüber gehen. Weil die Farbe... Die Pigmentierung ist nicht so stark. Okay. Und da gehen wir einfach ein paar Mal mehr drüber. Da. Und die andere Seite. Da. Ebenfalls. Okay. Kann man das sehr gut auftragen. Ich gehe mal ein paar Mal öfter drüber. Damit. Sehr schön. Und dann würde ich im Augenwinkel eine Bronzefarbe nehmen. Die öffnet das Auge. Verblenden natürlich. Von innen den Winkel dreimal verblenden. Dreimal. Gut. Gut verblenden. Gut. Gut. Okay. Sieht schon ein bisschen gut. Wunderbar. Okay. Dann würde ich als nächstes geben wir der Nase ein bisschen Kontur. Okay. Also wir konturieren deine Nase. So. Konturieren. So. Konturieren. Gut. Da kann man mit der Kontur kann man einiges ganz schmaler schmecken. und breiter. Ebenfalls auch ein kürzeres. Ebenfalls möglich. Okay. Gut. Dann bekommst du natürlich auch ein. Ich mache den Pinsel. Genau. Etwas nass. Gut. 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 Eine bisschen leichter. Bisschen leichter. Schön die Wagen werden ein bisschen davon. Nicht zu viel, sonst sieht das jetzt super schminkend aus. Immer sehr dezent bleiben. Wir können auf der Nase ein bisschen Dekontur geben. Ein bisschen Dekontur. Okay, na gut. Nun würde ich... Dann beginnen wir mit den Lippen. Ich würde einen Lip Liner auswählen, okay? Dann haben wir die Haare ein bisschen an die Seite. Die kleben natürlich ein bisschen an den Wimpern. Okay, na gut. Dann bekommen wir die... Du hast einen schönen, schönen Lippenbogen. So schön volle Lippen. Wenn man etwas schmalere Lippen hat, kann man diese sehr gut mit dem Lip Liner optisch vergrößern. Okay. Okay. Ich schau mal kurz auf der anderen Seite. Ob du alles okay ist. Okay. Okay, dann nehmen wir jetzt den Lippenstift und tragen schön den beerenfarbenen Ton auf. Mit den Make-up Farben, die wir ausgewählt haben, trifft der wirklich am besten. Sehr gut. Und dann noch davon. Und dann natürlich auch... Und dann natürlich auch... Guck mal den hier noch ein bisschen. Man kann natürlich noch einen Lipgloss auftragen. Aber das wirkt immer schnell und zu übertrieben. Darum würde ich das nicht empfehlen. Okay. Sehr schön. Okay. Ich halte den Lip Liner. Ups. Auf jeden Fall nochmal da drüber gehen. Schön. Eine Kultur zeichnen. Damit diese noch sehr gut sich passt. Okay. Okay. Zum Schluss. Ich mache jetzt noch ein wenig. Okay. Mit deinen Haaren sollen wir sie ein bisschen flechten an den Seiten. Okay. Okay. Dann flechten wir deine Haare. Deine Haare einmal. Gut. Wir müssen sie ja nicht mit deinem Haargummi zumachen, sondern können sie dir einfach so belassen. Okay. Dann kommen wir mal gut zu den Kleben. Das ist auch möglich. Eins und dann die zweite. Ich will den Lidschatten auch passend zu deinem Haarfarbe ausgewählt, sodass es nicht überschminkend wirkt. Okay. Okay. Steht dir wirklich sehr gut. Ich habe gerade noch gesehen, dass ich einige Haare an den Seiten vergesse habe. Die würde ich gerne noch einmal nachgehen. Nur ganz grob an den Seiten. nicht so viel. Gut. Und entfangen. Dann hält das Make-up heute ein bisschen etwas länger an. Okay. 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 Gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Du siehst ganz bezaubernd aus. Ein bisschen mehr Rusch. Okay. Auch das Rusch essen. Wir können es weggelassen. Aber du möchtest gerne etwas? Okay. Kein Problem. Okay. Wir machen etwas so. Auf jeden Fall. Das manchmal wirkt, dass es ein bisschen überschminkt, wenn man zu Acrylis Rouge aufgetragen hat. Okay. Aber das verleiht natürlich noch einmal so ein bisschen Energie und Lebendigkeit ins Gesicht. Und wir können es auch ein bisschen oben an Entschuldigung auftragen. Okay. Gut. 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 Gefällt es dir? So. Dann würde ich nochmal den Bronzer noch machen. Die Nase ein bisschen noch über den Lippen, unter den Lippen. Die wanken noch im Beton, die streben im Beton und im Kinn ein bisschen. Okay. Gut.